Musik Hi liebe Leute, willkommen bei Literatur. Im Moment mein kleines Buchformat. Ich stelle euch vor, meine Bücher, die ich einmal gelesen habe oder gerade lese. Und in meinen 102 Stück, die ich mal schon auf Facebook vor Jahren angefangen habe, ich glaube 2010 war es, gibt es auch ein interessantes, meines großen Hobbys, Videospiele, Computerspiele und alles damit zusammenhängende Kulturelle. Und zwar von David Schaiff. Game Over. The Majoring of Mario. Worum geht es? Press Start to continue Game Over. Es ist die Anfangsgeschichte von Nintendo, dem wichtigsten und größten Hersteller von Videospielen für die breite Masse, die bis heute noch nachwirkt, einen Qualitätsstandard ganz oben hält. Und David Schaiff erzählt hier eben, wie Nintendos Aufstieg in Japan und vor allem den Marken wie Mario, Donkey Kong und Legend of Zelda, wie das in die Popkultur unserer Generation, meiner Generation, die jetzt auch schon 40 sind und den Anfang auch schon miterlebt haben, seinen Anfang nahm. Die ganzen Hürden, die genommen werden mussten, die ganzen Storys, die ganzen witzigen Ereignisse, Umwege, um einen japanischen Konzern weltweit auf dem Bereich einer Unterhaltungselektronik groß werden zu lassen. Sehr, sehr, sehr interessant. Er schreibt es auch ganz gut, wie konnte ein japanisches Unternehmen, das einmal Spielkarten erzeugt hat und hier in den 90er, in den frühen 90er Jahren in Amerika ein Multimilliarden-Dollar Videospielindustrie vom Stapel treten. Ist es hier im englischen Original, war nur damals erhältlich. Ich weiß nicht, ob es es mittlerweile auf Deutsch gibt. Und schön ist hier Featuring Photo History of Nintendo. Hier werden auch so kleinere Dinge, die man aus der frühen Zeit und aus den jetzigen Zeiten auch kennt, gezeigt. Wer sich eben für Unterhaltungselektronik im Bereich Videospiel und speziell den führenden Konzern hier Nintendo interessiert, kann ich das sehr empfehlen. War eines meiner ersten Bücher, die sich mit dem Kulturphänomen Videospiel auseinandersetzen, abseits der sonstigen Literatur. Und konnte noch das eine oder andere Video auch mit anderen Büchern zu dem Thema. David Sheff, The Majoring of Mario, Game Over, Press Start to Continue. Viel Spaß damit, vielleicht gibt es ja den ein oder anderen, den das interessiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.